Hey, ich bin Carsten, ITler, aber definitiv kein Kellerkind. Viele Leute haben Bereiche wie den hier gar nicht am Skiern. Was ich hier mache, fragst du dich? Momentan arbeite ich an einem Dashboard für unsere neuesten Anlagen. Ich tippe hier nicht nur stumpf Codezeilen ein, sondern kann tatsächlich effektiv an Projekten mitwirken. Wenn du mehr erfahren willst, geh direkt auf georg.com und bewirb dich.